Die Dieselantriebe haben aber auch den hohen Sicherheitsstandard. Ich bin sehr erfolgreich mit Jetta, Passat und Beetle, die jetzt auf den Markt kommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen heute von Bugatti den car von Seat. The all-new Leon SC has clear... ...but primarily we have to improve our balance of payments, so to speak. Ich spreche jetzt über Seat. Aber dann, das auf einen nationalen Bereich, Spanien muss sich außerhalb ihrer eigenen Land und mehr exportieren. Und es scheint, dass, based auf die lateste Statistiken, über die letzten zwei und ein halb Jahre, das passiert sehr viel. Und Spanien ist die Export-Driven zu arbeiten. In Andalusia, den Torero, gegen den man angetreten ist, besiegt. Das Jahr 2013, weil es unser 50. Und wenn wir die Marke Lamborghini... Ich muss euch sagen, es ist ein One-Off. Wir bauen nur drei Modelle davon. Die kosten, und das ist nicht, was ich gesagt habe, 3 Millionen Euro net. ...each. The spectacular thing, ist, dass es ein Street-Homologiertes Auto ist. Es ist ein Auto, der fastest wir haben, mit Street-Homologieren, für Lamborghini. Es hat 750 horsepower, 12-cylinders. Es hat Power-to-Weight also, das ist unglaublich, mit 1.93 kg per horsepower. Und das führt zu einer acceleration von 0 bis 62, oder von 0 bis 100, in nur 2.8 Sekunden. Wir sind nicht immun, um eine schlechte Ökonomie oder eine schlechte Ökonomie. Wir sind sehr gut in den USA, weil der Markt steckt. Wir sind hier in Europa stabil. Und es gibt ein paar Marken, die wir sehen, in den Mediterraneanen Marken. Es ist schlecht für uns. Aber es ist nicht schlecht für uns, sondern für alle. Southeast Asia ist ziemlich stark. Wir müssen warten, wir müssen vorbereiten. Wir müssen schnell reagieren, wenn etwas passiert. Und dann auch, wenn wir es genau bei uns. Wir müssen die nächsten Mal rein. Wir müssen Sie ihm verzichten. Wir müssen uns nur kurz machen. Und jetzt schnappen. Wir müssen uns auf der Letzene. Wir müssen uns auf die Nationalferenten beatenen. Wir müssen uns auf die Nacht kommen. Wir müssen uns auf die Nacht nehmen. Vielen Dank.